Hallo Leute, hier ist ein Alpenmilch nach Ränkeia und das nicht. Das kann nicht gehen. Bisschen dichter. Wir schaffen mal ein bisschen weiter für Ränkeia. Müssen nicht immer direkt fortlaufen, sobald nicht geht. Ich tausche das so, setze ich nur die Schenke zur Fakle mehr, weil du siehst, wo Fakle nicht sind. Wir lümmerten so mogen. Durchsehen. Merci. Maja, also, vielleicht kann man hier einfach weitergehen. Hier können wir die Mauer hin. Und zwar, ich habe natürlich die Mauer mehr in den Arsch. Mehr so wie das... Oder so, und dann so. Und hier geht es los, hier ist der Leuchte. Das war schon zu werden. Immer hier. Immer hier. Da kann man das nämlich machen. Und das bleibt plus minus so wie der Moment ausgesagt. So plus minus, weil das nicht so bleibt. Hier kann ich noch... Hier kann ich noch... Hier kann ich noch so richtig ein Eck. Das sei doch. Nicht so ähnlich wie Heu, mehr ähnlich. Das ist mir offen. Die Richtung gefällt mir nicht. Ja. Okay. Und du mein Dekalasch. Super. Mal... Das sollte man so nicht abfallen. Hier regeln alles E-Bloggeron. Und so habt ihr seid. Ich denke, dass wir als Datoi leichten können. Meine Schüsse, dass heute noch... Aus... Hallen. Können wir alles Riva E-Blog regeln. Wenn ich das blöd ausgesagt. Da passt das immer. Wie gesagt, man hat das Kreis, die um da raus. Ja, voilà. Konsistent hast du. Also nicht konsistent mehr. Aber ich weiß nicht, wie in der C da blitzbisch. Heu. Anrincht da doch. Ja. So passt das schon. Ja. Was waren da? Drei. Ja, drei. 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 Natürlich nicht. Vollseido geklickt. Zack. Die Bödem. Drei. 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 Anfängst du die Form Jung Legieren? Oder nicht? Drei. ay, ich dachte das hätte gefällt mir. so bleibt es. Drei. Das ist aber auch cool. und hier kannst du oben bleiben. Und das geht schon viel mehr klar, wenn du dich als zweites Stück wettbauen. Und zu diesem Teil ganz sicher. Und ich mengen der zweite Mensch so und diesen Teil Mensch so. Der zweiten Häfer, diesen Teil und den du hannst, die bleiben klein. Das ist jetzt hier, wo du einen zweites Stück draufkommst. Für den ersten Mann gucken wir jetzt noch ein bisschen genau, wie wir das machen. Ich freue mich, ob ich nicht die Bude mehr als ich das Bude befürchtet, das Mann. Naja, das ist gut so. Das ist gut so. Ja. Ich meine, für den zweiten Stock setzen ich noch... Ich werde noch Junglewood brauchen. Und so, ein guter Park. Ja, ein guter, guter Park. Ich werde nämlich da ganz da rum wo wir loschauen haben. Ah ne, aber nur da, wo ein zweites Stück kommt, das ist ein Idiot. Also alles kriegt dann eine extra Dicke. Obwohl, ne, 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 ne. Ich werde so blöd sein. Ich meine die wirklich. Weil da, wo kein zweites Stück kommt, könnt aber sicher... Hm, das ist ein Gloss. Zombie, Zombie, Skeletz. Ähm. Bleibt fisch. Mein Schwert hält mit Milan. Mein Schwert hält können Milan. Für das mit dem anderen, du. Ich wollte doch so ein. Okay. Den aus Rosen. Den in Jochlau gesaugt. Das sind viele kleine Zombie-Varianten. Hörer, fucker, du. Baby-Skeletze sind nicht gefährlich. Das ist für mich gefährlich wie ein Zombie. Und Baby-Format. Und du hast Cookie-Creeper. Das ist cool. Cookie-Creeper. Komm mal Cookie. Ich kriege es nicht so einfach. Okay, ich gehe mal zurück. Ich fange die beste Gefährlichkeit zu gehen. Aber, ich möchte das ganz gut machen. Das ist doch nicht so viel Dough-Tween-Smobs. Und das tappt es auch. Okay, das ist ein Dach. Bloß die Lachen ein bisschen brennen. Das ist eine volle Neude. Du legst mal den Bogen rein. Okay. Andere Punkt. Andere Dough. Okay, gut. Also, wie gesagt. Wir brauchen dann mehr Junglewood. So dass wir die ganze Rüben nach einer Schicht mehr können gehen. Ja, das geht ein witzig, sag. Wenn wir das bis hin, da können wir aufhangen, noch ein Boden drüber zu setzen. Also ein Dach. Und dafür den zweiten Stock. Das kann ein bisschen werden. Du hast noch ein Wort froh. Wie ihr bei dem Krill-Eisen zweiter Stock. Also wie ein Dach. Echt. Ich denke, ich gehe tippen mal ein bisschen mir ein Dach drin holst. Ich gucke, ich glaube Darkwood Planks, wie der da ist gesagt. Hier noch ein bisschen Zeit holen. Das wäre Ball und Lach. Ich bin jetzt Zeit, dass das Lach zu bütteln. Äh, ich will eigentlich wieder bei. Oh, hier ist ein Pfeil. Stimmt. Komm, gucke, was wir looten können. Das ist ja auch der Kollege beim Bogen gestorben, den H2B. Hm, Schussfleisch. Schade. Okay. Weil hat Babysin eine Wisse geplant, und dann sage ich mal ein bisschen. Weißt du was? Also die, die wir schlafen haben, werden wir das tun. Und ich glaube, das nicht so leichter ist. Nein, das ist okay. Das ist nicht so leichter. Und dann plus zu dem haben wir auch schon eine gute Pack. Oh, da können wir schon eine U-Falke mit der Pfeil haben. Darum können wir ja um ihn spät noch machen. Ich muss ja nicht Schritt für Schritt immer so fahren. Weil das Wälder und hin und nie gelaufen sind. Ich glaube, das ist gut. Da können wir dünner dann schon gut abfüllen. Ja, ich fand das ganz unterweil, die Farbe ist okay. das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Hier kann ich eine ganz neue Stau. Ich will, dass ich nur hier oben kann. Okay, ich werde hier oben kommen, weiß ich nicht. Kann ich nur noch später hier oben drehen? Das soll dann eine Terrasse sein, wo ich dann schon gesehen habe. Natürlich, ein zweites Stau wird auch noch so eine Terrasse kriegen. Ich will, dass ich vielleicht an diesem Teil hier habe. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ich finde das auch eine gute Idee. Auf dem High-Eyes-Hunde-Stau ein grosses Video, ich werde mal die ganze Landschaft hier sehen. Gut zu wissen, dass wir einen Plan haben, das ist schon ganz gut. Ich inviteriere euch nichts ganzes. Ich halte für mehr Minecraft-Adventure. Ich glaube mal ein Stück beißen. Allez, tschau!